Kennst du Knossi? Ich kenn Knossi, ja. Ja, aber wie findest du ihn so? Ich find den super unterhaltsam. Ich guck den gern. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr feierst du ihn? Boah, schon so ne 8. 8 bis 9. Dann sag ihm das mal persönlich. Oh mein Gott! Hi! Hi! Mensch, da freu ich mich! Meine Mama ist so ein Fan von dir. Ja? Ich hab immer deine Streams geguckt. Monopoly, Stream, alles. Geil! Oh, das ist lange her. Und, wie ist es? Wie ist es jetzt Knossi mal persönlich zu treffen? Ja, voll schön. Wirklich, wie ich mir vorgestellt hab. Pass mal auf. Hier meine Nummer. Ich freu mich, von dir über meine Fanblastnummer was zu hören. So mach lieber das. Ich freu mich. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.